Erstmal bist du dran. Vielleicht gehe ich da auch gleich mal runter. Komm, wir machen das mal. Ich habe jetzt ja den Katzenring. Das müsste ja dann einigermaßen passen. Erstmal bist aber du da oben dran. Oh, äh, falsche Taste. So, wo ist er da? So, ist er da? So, die lassen dann meistens grünes Moos fallen. So, zu welcher Stelle springe ich immer? Oh, das ist gerade wieder so geblendet von meiner Softbox hier wieder. Das ist auch nicht so geil. Guck mal, das ist noch ein Schmetterling. Verfaller, Vendetta. Bam. So. Äh, Katzenring. Welchen brauche ich denn gerade mal dafür nicht? Nehmen wir mal den da kurz raus für. Ähm. Oh, da gibt es noch einen anderen Weg hinzukommen. Ich bin da mal nicht so ganz sicher. Guck mal, da wird mir doch was angezeigt. Dann gehe ich mal nach da. Das war... Okay. Also das... Ah, ich weiß gar nicht, wo ich von hier... Aber von irgendwo komme ich da hin. Äh, also ich habe an sich... Äh, den Sprung ganz gut gemacht, weil ich überlebt habe. Ach komm, dann nehmen wir den Riesen-Basilisten einfach mal so mit. Oder geben dem schon mal ein, zwei mit. Dann machen wir gleich eine Drop-Attacke drauf und dann passt das bestimmt. Ähm, was leider ganz schade ist. Ich glaube, man kann mit dem Beid-Händig keine... Keine Beid-Händige Drop-Attacke machen. Also mit der Power-Stance. Was ansonsten ganz cool wäre. Aber nicht so relevant. Den kriegen wir ja auch so. Bäm. So. Äh, Gegner. Wusste doch hier ist noch einer. Also man hat ihn ja auch schon gesehen an der Fackel. Große Titan-Diet-Scherbe, gut, brauche ich jetzt nicht mehr. Also noch nicht. Später wieder. Das Item da. Ich weiß auch nicht, was das für relevant... Ob die Items so relevant sind, die es da gibt. Ähm. Oh, ist jetzt hier eine Falle drin? Ne, gut. So, ich nehme mal kurz wieder den Ring der Wiederherstellung mit rein. Rickards Degen. Okay, das ist also eine Dex-Waffe. Gib mir die am ersten Teil auch schon. Und... Komm, wir heilen uns mal kurz. Denn jetzt kommen wir auch gleich wieder daraus, wo... Wo ich gerade vorbei... Oder wieder zurück umgedreht bin bei dem... Bei dem Haus da. Eine große Seele immerhin noch. Auch nicht schlecht. Nochmal schön, wenn der sich freiwillig einfach in diesen Korb stellt. Wer weiß, was da passieren könnte. Ist halt Dark Souls, aber... Ja, Mensch. Ist halt so. So. Ich weiß nicht, ob es hier sogar noch irgendein Item gibt oder nicht. Oder ob es wirklich einfach nur der Weg hier ist. Aber... Pussekuchen. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich da auf den mittleren Steg komme. Und zwar, wenn ich jetzt gleich hier in das Loch runterfallen würde. Mache ich jetzt aber nicht. Oder mache ich das? Weiß ich noch nicht. Ich habe ja den Katzenring. So müsste hier nicht noch ein zweiter angelaufen kommen. Soll ich auch gerade sagen. Komm her. Ich war schneller als du. Mit deiner komischen Drehattacke. Ey. Du hast nur ein abgebrochenes Schwert. Du kannst gar nicht so eine Reichweite haben. Aufs Dach müssen wir eh gleich. Und ich meine hier, oder? Ist es dann hier? Ich weiß es gar nicht. Ich lasse es einfach bleiben. Wie gesagt, ich bin auch lange nicht so gut hier mit der Welt vertraut wie so bei Dark Souls 1. Und selbst da weiß ich ja noch viele Sachen nicht. Kommt ihr runter? Kommt ihr nicht? Okay, dann nicht. Doch, da ist einer. Also der ist wahrscheinlich gerade der, der hochgeklettert ist. Ähm, dann gehen wir mal kurz aufs Dach. Lassen uns fallen und, ähm, kommen dann zum, gleich zum Leuchtfeuer. Wüsste, glaube ich, noch einer oben drauf stehen oder ist es der, der schon... Ne, wollte ich gerade sagen. Hä? Also der Bandit hier, der dürfte, glaube ich, eigentlich nicht mehr da sein, weil der ist ja eigentlich runtergefallen gewesen. Ey, ey, ey. Weg, weg, weg. Frech. Schnell weg. So, mit der Keule kann ich auch. Und ich habe jetzt gerade die beiden Male nur einhändig gehauen, weil ich dachte, das wäre schneller. Und ich, ähm, ja, erstmal die weg haben wollte, bevor ich mich heile. So, ja, komm. Wisst ihr was? Wir nehmen mal kurz wieder den hier. Einfach, weil ich es kann. Und kein Falschhahn. Geil. Könnte ich eigentlich auch erstmal anlassen, aber naja, mal gucken. Ich behalte erstmal den jetzt hier, der Wiederherstellung erstmal noch an. Den werden wir später, glaube ich, sowieso austauschen. Ich weiß noch nicht genau gegen wen. Gegen welchen? Äh, Ring, aber ich meine... Achso, ja, klar, gegen, also, einen der Ringe. Ja, den Ring, den Ring der Wiederherstellung. So, die Tür mache ich jetzt übrigens, oder wollte ich übrigens kaputt machen, weil ich weiß, dass der dahinter ist. Oh, reicht sogar eine Kolle gerade. Oh, ich kann sogar das kaputt machen. Sehr verrückt. Ähm, dann gegen den, wie heißt es, ich glaube, also gegen den Drachenring, egal welchen wir denn davon haben. Das würde dann, erst kriegen wir, glaube ich, den zweiten und dann den dritten. Dafür habe ich mir jetzt auch den, ähm, also unter anderem den Ring geholt, mit dem ich mit den NPCs quatschen kann. Oder mit den, ja. Ey, dass der so um die Ecke hauen kann. Ist auch wieder so frech hier. So, hier habe ich mehr Platz, hier falle ich nicht runter. Und Tschüssikowski. So, äh, da hinten sieht man jetzt auch noch ein Item. Ah, nein, genau so kommt man da hin. So, das Problem ist, ich spring da irgendwie immer drüber. Ich würde das jetzt gleich versuchen, da hin zu springen. Aber ich glaube, ich hole mir lieber erstmal das Leuchtfeuer. Weil, dass ich da sterbe, äh, davon würde ich schon fast ausgehen. Ich glaube, ich muss ja noch, ach, siehst du, machen wir auch gleich mal hier die Abkürzung frei. Ähm. So, ich habe es schon mal entzündet, das reicht dann ja erstmal. Jetzt müssen ja die Gegner noch nicht wieder da sein. Genau, und hier komme ich dann auf diesen Mittelweg, wenn ich davon zurückkomme. So war das. So ist das hier. Äh, dann ziehe ich mal doch mal lieber den Katzenring wieder an. Jawohl, Ringwechsel, äh, das ist best oder so. Oh, da gucke ich mal. Ich glaube, man kann da einfach hinrennen. Ich würde es aber erst mal mit springen versuchen. Weil ich bin kacke im Rennen. Im Springen auch? Ah, ich habe befürchtet, dass das passiert. Äh, können wir dann gleich nochmal versuchen? Gibt es hier irgendwas? Hurra für sinnlos. Nein, nicht ganz sinnlos. Nur so halb. Äh, warum hier ein Blutfleck? Keine Ahnung. So, jetzt sind wir auf diesem anderen Steg, auf dem ich, äh, vorhin eigentlich landen wollte. Madame Nure. Immer noch nur meine Seele von einem Ritter. Komme ich da zu dem? Komm, wir probieren das mal. Aber vielleicht kommt man da auch nur von oben hin. Oh, geil. Das hat jetzt besser gekleppt, als ich dachte. Da ich jetzt auch immer noch, ähm, genug Leben habe und alle Gegner besiegt habe erstmal. Ähm, oh, fast runtergefallen. Werde ich jetzt gleich nochmal den Sprung zwei, dreimal versuchen. Und dann mal gucken. Ähm. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt einmal daneben springe. Ich werde zwar, vielleicht probiere ich es mal nur mit Rennen. Nein, ich muss ja trotzdem da, egal. Ich muss ja trotzdem übers Dach. Dann kann ich auch andersrum laufen. Ich habe gerade nur überlegt, ob ich vielleicht einfach direkt nach außen kommen und dann über den Baumstamm laufen kann. Geht aber nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Weil da kommen wir dann eh gleich hin. Das Ding ist dann einfach, ich muss ja eh die, äh, die Leiter hoch. Ah, trotzdem so ist es kürzer. Ich weiß auch gar nicht, was da liegt. Ich glaube, was da liegt, ist auch gar nicht so ultra relevant. Aber jetzt will ich es haben. Jetzt will ich das. Äh, ah ne, komm. Heilen muss ich mich jetzt auch. Ah, ich kann mich auch mal heilen. Mir stört es eigentlich, wenn der Balken nicht voll ist. So ein bisschen zumindest. Ähm, kann ich da jetzt einfach rüber rennen? Das sieht mir eigentlich so aus, als ob das nicht klappt. Mit Rollen klappt das irgendwie auch nicht. Da bin ich irgendwie, äh, das ging bei Dark Souls 1 immer ganz gut. Da konnte man über viele Sachen einfach rüberrollen. Okay. Ähm, das war es jetzt damit. Das Item hole ich mir anders. Da kann man später noch einfach über die Brücke da oben laufen. Was jetzt auch, glaube ich, unser nächster Anhaltspunkt sein wird. Denn, ähm, nach dem Henkerswagen ist einfach Sackgasse. Da dachte ich auch, als ich das erste Mal gesehen habe, oh krass, voll großes Stadion da und bla und was nicht alles. Vielleicht ist da ja was und dann ist da einfach nix. So, dann gehen wir mal kurz wieder hier hoch. Boah, das hat mich echt erschrocken. So ein Büschen zumindest. Also ich weiß, dass der da immer runterspringt, aber ich dachte nicht, also der springt meistens da runter, sagen wir es mal so. Der springt da nicht immer runter. Und manchmal springt er eben nicht, oder wird er nicht getriggert, aber ich habe nicht erlebt, dass, äh, nicht erwartet, dass er so runterspringt. Äh, wenn ich noch fast oben bin. Äh, also wenn ich fast oben bin. Wo ist er denn jetzt gelandet, der Junge? Ist er jetzt runtergefallen? Ist er wieder hochgeklettert? Ach, keine Ahnung, wir laufen mal weiter. Äh, denn der Weg zum Henkerswagen, der ist allgemein auch ein bisschen nervig. Warte mal, Pfeile habe ich jetzt gerade gar keine mehr, ne? Gut. Vielleicht sollte ich mir demnächst mal bei MacDuff welche holen. Oder ich kann ja auch erstmal bei, beim Schmied in, äh, in Majula welche holen. Der hat aber nur eine begrenzte Anzahl an Eisenpfeilen. Die normalen Pfeile, die Holzpfeile will ich auch alle nicht haben. Wenn schon, dann muss der gute Eisenpfeile sein. Komm, Backstep. Bam! Ja, du weißt du, ähm, ich bin halt sehr gut in Jump'n'Runs. Deshalb spiele ich die Pausen los. Und, äh, nix lieber als das. Ähm, aber das war ja schon fast, also es war auf jeden Fall erwartet, sagen wir es mal so. War jetzt der Zwischenzeit tatsächlich doch nicht mal nochmal aufleveln. Und ich glaube, ich warte mal, obwohl, warte ich, also, doch, ich werde es, äh, machen, bis ich, oder versuchen, bis ich das rote Phantom, äh, vor dem Henkerswagen besiegt habe. Und dann geht das weiter. Erstmal müsste hier, glaube ich, auch gleich noch ein NPC-Invade kommen. Ähm. Bin da mal nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Der kommt, glaube ich, immer. Erstmal nehmen wir den auch noch mit. Okay, hat gereicht. Super. Aroma-Schlick. Ja, das ist das für Wunder oder Zauber. Das andere Skeptiker, Zauber, Wunder, das ist halt beides so das, äh, das Krams für den Kader, falls er das wissen wollte, falls sie das wissen wollte, so. Ähm. Wo habe ich das denn überhaupt? Da. Ja, einmal, das ist der Skeptiker-Gewürz und das Aroma-Schlick. Wo ist das denn? Wie sieht das aus? Oder, ach, nee, das ist Aroma-Schlick. Stimmt. Äh, nichts gesagt. Ich, äh, ich, äh, verquatsche mich hier nur. So. Wie gesagt, hier müsste auch noch irgendwo ein Schmetterling sein. Bin ich vergiftet? Ja. Nee, bin ich nicht gut. Ja, genau, der Verlassene, der kommt tatsächlich, glaube ich, öfter mal, äh, taucht der auf random. Ich glaube, wenn man einfach mal zu oft gestorben ist oder keine Ahnung. Er kommt dann auch immer nur einmal, außer hier an der Stelle, hier kommt er immer. Meines Wissens nach. Das Gute ist, dass man den recht leicht staggern kann, weil der eine leichte Rüstung anhat. Aber mit dem Schwert ist er natürlich schon, hm. Oh, der hat ja, der ist ja hohl. Der hat ja gar nichts. Jetzt hat er noch was gedroppt. Nee, ne? Achso, stimmt, das kriegt man hier ja immer so. So Items habe ich hier abgegrast. Dann gehe ich jetzt mal kurz Richtung Henkerswagen. Das wird nämlich, also der Weg an sich ist da immer ziemlich nervig. Äh, ähm, weil... Da sind halt die ganzen schwarzen Typis oder die mit den Dunkeln, Magie, Waffen, was auch immer da. Die man auch ziemlich kacke nur staggern kann. Und die haben auch ziemlich viel Leben eigentlich. Und machen auch ziemlich viel Damage. Schwäche Loch. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie Hurra für sinnlos mal wieder. Hätte auch gepasst. Äh, komm, ne, wenn... Da komme ich noch nicht rein. Dann muss ich von oben rein. Gut, vielleicht nehme ich hier noch schnell ein, zwei Items mit, bevor ich dann nach da hinten gehe. Bevor die mich hier alle hinterrücksüber fallen. Meine Schaden gemacht haben sie mir trotzdem als Wasser, ja. Egal. Egal. So. Hier kann man, glaube ich, auch noch rein. Mache ich hier die Brücke runter? Ich glaube schon. Kann ich da? Das sieht so aus, als ob da... Ich glaube aber nicht, dass da eine geheime Tür ist. Ne, schade. Sieht aber ein bisschen so aus. So, ich wusste doch, hier kommt noch einer runter. Von da oben, Alter. Frech. Oh, jetzt sind da wieder die... Die Wauwaus. Nein. Ey, nicht abhauen. Das ist frech. Zumal du viel cooler zurückspringen kannst, als ich. So cool kann ich nicht zurückspringen. So, ja. Habe ich gerade vom Hund noch Menschenbild gekriegt, was ganz geil ist. Hier, da ist der Bogenschütze. So. Du kriegst wieder beide zu spüren. So, nicht umsonst meine Blitzkeule gemacht. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Brücke frei runtergelassen. Jetzt könnte ich auch noch zu den... Oder könnt ihr schon direkt zu den... Ja, das ist auch so ein Arsch, ne? Der haut nur ab und lockt euch immer zu den ganzen Gegnermassen. Deshalb muss er jetzt mal sterben. Vielleicht auch nicht. Da könnte ich jetzt direkt zu den Gerippefürsten gehen. Die sind auch... Ich weiß nicht. Ich finde den Kampf ganz witzig eigentlich. Aber der ist auch ziemlich einfach. Wenn man... Ja, wenn man es nicht allzu blöd macht. Wie fast immer. Nö, der ist mir jetzt egal. So, ich gehe jetzt nach hier, hole mir noch das Item und werde jetzt aber, wie gesagt, erst mal in Richtung Henkerswagen aufbrechen. Da müsste eigentlich auch noch einer drin sein. Vielleicht ist er aber auch schon rausgesprungen. Ach genau, hier war noch so ein Ritter. Irgendwas war hier doch, wusste ich doch. So. Hier gibt es, glaube ich, noch einiges cooles Krams. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich auch wieder irgendwie so Estusflakonsherbe oder sowas. Edler Knochenstopp. Das ist ganz nice. Da können wir ja unseren Estusflakon ein bisschen verstärken. Auf plus zwei dann sogar bringen. So. Und jetzt fängt hier das fiese Kladderadatsch an. Hier müsste eigentlich noch irgendwo so ein kleiner stehen. Aber vielleicht ist auch schon rüber gelaufen. Oh, toll. Ich dachte, ich wäre weit genug weg. Das war super. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und die sind halt wirklich ein bisschen nervig. Ich glaube, als ich... Ah ne, bei dem war das nicht. Aber also hier bei dem Henkerswagen passiert es mir oft, dass ich quasi die Gegner aus Versehen schon leer farme, weil ich halt so oft auf dem Weg dahin sterbe. So, genau den hatte ich noch gesucht. Ich wusste, dass da noch einer war. Ja, den Schmetterling kann ich gerade nicht mitnehmen, weil ich habe ja gerade, ähm, keine Pfeile. Ich meine, ich habe bestimmt noch eine Armbrust. Aber das lassen wir mal bleiben. So, und von den Viechern, also von den, von den großen Typis, die ich gerade besiegt habe, da kommen jetzt gleich noch ein paar. Und da muss man halt aufpassen, dass die nicht alle auf einmal kommen. Wenn man ein bisschen Glück hat, kann man die so relativ einzeln pullen. Ich meine, die sind auch gar nicht so einfach, finde ich. Aber in der Masse sind die natürlich noch schlimmer. So, erstmal hier noch ein Skelett. Das lassen wir mal kurz aufstehen. Ne, mein Freund. So. Ja, gegen Skelette ist, glaube ich, Blitz nicht so gut. Aber ich glaube, Feuer wäre ähnlich nicht so gut. Keine Ahnung. Von daher ist das auch egal. Ich glaube, bei Skeletten ist es einfach am besten, wenn man mit einer normalen Keule einfach drauf ballert. Und ich habe ja noch eine normale Keule. So, da ist der erste. Komm runter. Ohne, dass der zweite kommt. Bitte, die, äh, der eine ist auch fies. Also, die haben verschiedene Waffen, wie ihr ja schon seht. Der eine hat eine Peitsche. Die ist, finde ich, auch immer ziemlich nervig. Kann ich den wegstabben. Mach das dann komplett weg. Jawohl. Das reicht sogar schon. Das ist gut. So, jetzt kommt der mit der Peitsche mal runter, bitte. Ah, hier wäre es natürlich auch wieder gut, wenn ich jetzt Pfeil und Bogen hätte. Dann könnte ich die auch einzeln ranpolen. Los, komm. Wenn man jetzt hier nämlich nur ein kleines Stück zu weit nach vorne geht, äh, dann kommen die alle direkt sofort angelaufen. Das ist dann nervig. So, kann ich nicht backstabben? Also, dass man das kann, weiß ich. Aber ob ich das kann, hat auf jeden Fall gerade noch gepasst. Das Gute ist, bei denen kriegt man halt ordentlich Seelen. Also, ja, tausend Seelen pro einen, plus minus. Bei mir wird das ja alles noch geboostet durch den, jetzt kommen die bestimmt zu zweit an, äh, durch den Ring und, äh, durch die Klamotten. So, nachdem sind da oben noch zwei so eine Typen. Ach, ich dachte, er macht gleich noch seinen dritten Schlag wieder. So. Dann war das schnell genug. Und der Nächste. Also, da steht noch einer und da oben links ist auch noch einer. Mal gucken, wer zuerst kommt. Ich glaub sogar, der da links zuerst. Aber vielleicht auch nicht. Ich hab mich schon oft getäuscht. Ach, wieder ein Peitschen-Dude. Das Krasse ist ja einfach, also, äh, man kann hier ja auch, äh, bei Snuggly direkt am Anfang eine Peitsche kriegen. Für den, ähm, für das versteinerte Etwas. Und, äh, hab irgendwie ein, zwei Mal mit der gespielt, aber die ist sofort kaputt gefühlt. Also, die haben wirklich eine sehr extrem geringe Haltbarkeit. Lebensdauer. So. Komm runter. Komm runter. Da landest du. So. Ach, schon wieder ein Peitschen-Dude. So. Ähm, jetzt kommt hier noch eine ein bisschen blöde Stelle. Beziehungsweise, äh, da gibt's eine Stelle, da kann man sich ein, äh, wie heißen die Dinger, um die Pyromantie-Flamme zu verstärken, kann man sich da holen. Muss man rüberspringen und ich sterbe oft beim Zurückspringen. Das heißt, meine Seelen liegen dann immer da oben rum, was ein bisschen blöd ist. Einerseits. Ähm, jetzt muss ich gucken, dass die Leute mir jetzt hier gerade nicht hinterherlaufen. Weil sonst nerven die mich. Äh, ansonsten müssen wir jetzt erstmal den Typen da besiegen. Und da tue ich mich oft schwer. Das kann ich euch schon mal sagen. Der lässt sich auch schwer zwägern. Seht ihr ja schon, und hat ein großes Schwert. Ich wollte ihn jetzt eigentlich backstammen. So, jetzt muss ich erstmal abhauen. Weil gefährlich. Oh, ach stimmt, das vergesse ich jedes Mal, dass er den wieder nach oben reißt. So, und jetzt sind auch die anderen beiden Typen da, vor denen ich gerade Angst hatte. Also, grundsätzlich habe ich keine Angst vor denen, das kann ich schon mal sagen. Äh, können aber in dem Kampf dann nervig werden. So, mal sehen wie weit der mir hinterherkommt. Vielleicht fällt er einfach hier runter. Äh, ansonsten werden wir gleich hier die Brücke auch einmal runterfallen, mit Absicht, um das Item da unten zu kriegen. Und, da würde ich aber gerne erstmal das Phantom weggemacht haben. So, gut, der zieht sich erstmal wieder zurück. Das war so mein Plan. Jägerhallen heißt der Wald hier, mein Gott, habe ich gerade wieder gelesen. So, ähm, so, kommt her. Kommt, kommt, kommt. Bäm. Und, Bäm's. So. Und jetzt kann ich mich da oben, um den kümmern, hoffentlich. Ihr seht ja auch schon, ich habe mittlerweile auch nur noch zwei Estus Flakons, also, ne, auch nicht so das Jelbe vom Ei. Warte mal, habe ich eigentlich, äh, wollte ich jetzt sagen, ich habe doch die, die, die besseren, die schimmernden Lebenssteine, habe ich gar nicht ausgerüstet. Den Elisabethpilz könnte ich vielleicht auch nochmal benutzen, aber, vielleicht auch noch nicht. Bei denen ist es halt krass, was der immer für eine Kombi hat. Aber, das wollte ich erstmal machen, weil das ist schon mal nice. So. Und dann geht er ja auch. Wie ihr seht, da drüben ist das Item, ähm, das könnte ich jetzt versuchen zu holen. Ich sage mal, die Chancen stehen 50-50, dass ich nicht mehr zurückkomme. Aber, was soll's. Genau, Feuersamen heißt das. Wie gesagt, das ist das für die Pyramantie-Flamme. Ich könnte mir jetzt auch einen Heimkehrknochen nehmen, aber ich will ja eigentlich das Item da unten noch schnell holen. Okay, das hat schon mal geklappt. Es passierte doch oft, dass ich dann einfach da rüberrolle und dann einfach auf der anderen Seite der Brücke runterfalle. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ich mich hier direkt fallen lassen muss. Ähm, das Loch war halt nicht. Ich denke, hier müsste passen. Das war natürlich zu kurz. Na, selbstverständlich. Ähm, hä. Wisst ihr was, Leute? Das ist mir jetzt, äh, ich, äh, gehe jetzt einfach mal, ich mache das jetzt so. Weil, ich muss dann sowieso nochmal den ganzen Krams und dann gehe ich jetzt gleich nochmal zum Feuerbahnschrein zurück. Also, nach Majuda. Das ist ja gar nicht Feuerbahnschrein, mein Gott. Äh, trink kurz ein Schlückchen. Und werde einmal aufleveln und, ähm, den edlen Knochenstaub verbrennen. Ja. Und dann werden wir uns mal an dem, an dem Henkerswagen versuchen. Und da kann ich euch, wie gesagt, da habe ich bei meinem letzten Playthrough, äh, eigentlich so gut wie alle meine Humanity verballert, weil ich da so oft gestorben bin. Gib, friss. So. Und noch einen. Obwohl, was ich vielleicht jetzt sogar mal mache, ähm, ich glaube, das machen wir jetzt gleich sogar schon mal. Ich werde erstmal, damit ich nämlich gleich den, den Drachenring kriege. Da gibt es zwei Wege, den zu kriegen. Ich glaube, ich werde den zweiten wählen. Also, man kann ihn dann auch zweimal kriegen, tatsächlich. Falls er erst so dann kaputt geht, so nach dem Motto. Ich werde aber tatsächlich den nur einmal holen, weil für die Quests, so nach dem Motto, mache ich den nicht. Da kriegt man sonst auch noch eine Waffe, aber das ist nicht so wichtig für mich, nicht so relevant. Äh, ich gehe nochmal ein bisschen auf Stärke, oder? Machen wir zwei auf Stärke, noch hier ein und hier noch einen rein. So. Ähm, denn nämlich folgendes. Wir gehen mal kurz woanders hin. Ja, ich drücke mich gerade ein bisschen vor dem Henkerswagen, aber ich mag den halt echt nicht. Wir gehen erstmal hier ein bisschen weiter. Und, ja, oh, siehst du mal, ich kann auch mal gucken, ich habe bestimmt noch nicht so viele Seelen verballert. Aber man kann ja schon mal gucken, ähm, wie viele Seelen man schon verbraucht hat. Okay, ich habe schon 500.000 oder 560.000 verbraucht. Ab eine Million kann man das Tor, wenn man hier links lang geht, ähm, öffnen, ohne dass man die vier Bossseelen quasi haben muss. So, hier spawnt auch auf der Verlassene. Das werden wir jetzt aber mal, ja, ähm, das Gebiet ist auch ein bisschen nervig. Man kann hier mit einer Fackel durchlaufen, dann sieht man die Schatten der Gegner besser, weil die Gegner hier unsichtbar sind. Einer hinterher, manchmal kommt hier einer hinterher, manchmal aber auch nicht. Egal, so, das ist hier auch noch ein Kollege, das ist ein Händler, mit dem können wir quatschen. Mehr oder minder, ähm, das ist allerdings nur noch sein Kopf, sein restlicher Körper, äh, chillt woanders rum. Den können wir dann aber mal platt machen. Erstmal kann ich die Geste lernen, Gegenstand. Hier könnten wir auch nochmal das Großschwert kaufen, falls wir wölten, und das Claymore. Auch interessant. Wie gesagt, Großschwert finde ich eigentlich ganz geil, werde ich, denke ich mal, wie gesagt, noch aufrüsten und dann auf Blitz machen. Hier können wir Goldhards kaufen, was ich auch ganz cool finde, und große Pfeile. Ähm, sobald man seinen Körper besiegt hat, kann man noch ein bisschen mehr Waffen bei ihm kaufen. Aber, dazu später mal jetzt hier auch die ganzen Items, so werde ich mir nicht holen, weil ich keinen Bock auf die ganzen unsichtbaren Typis habe. Es gibt eine Möglichkeit, die sichtbar zu machen, aber das dauert noch ewig, ehe wir das machen. Da müssen wir erst ins dritte DLC. Und das ist ja noch ein ganz schönes, äh, Stück hin. Ist ja auch jetzt bei der Scholar of the First Sin Edition, also die ich hier halt habe, ne. Ist, glaube ich, die normale für den PC. Ähm, hat man, äh, muss man halt die Items, um das DLC zu erreichen, muss man die halt, äh, finden. Wenn man sich, äh, sagst du, zwei geholt und dann die Erweiterung später gekauft hat, dann, ähm, hat man die einfach im Inventar gehabt. Dann konnte man einfach direkt ins DLC gehen, quasi nach dem Motto. Irgendwas Interessantes, die haben ja noch eine Seele gefunden, aber die werden wir später futtern. Ich kümmere mich erst mal um den Kollegen hier. So. Das Fiese ist halt, den kann man ja nicht anvisieren. Das ist das, äh, hauptsächliche Problem bei den, bei den Unsichtbaren. Und jetzt werden wir noch kurz hier ein, zwei Sachen, ja, komm, ich weiß das, ich will da auch gleich runterspringen. Äh, bitte, so. Ja, so. Oh, der Katzenringer hat mich gerettet, geil. So, hier, es kommt noch ein Ridderlein. Ein Riddersmann, ein, ein gar tapferer Riddersmann. Sollte mir trotzdem nie den Rücken zukehren. So. Ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Gibt es da was cooles? Gibt es den Duftzweig? Schade. Nochmal edler Knochenstaub. Krass. Ähm, also ich habe jetzt ja erstmal noch einen Duftzweig. Den würde ich jetzt aber gleich gerne direkt bei dem einen Typen da hinten benutzen. Und nicht hier, aber hier müsste ich den auch, oder von der anderen Seite ist egal. Ähm, muss ich auf jeden Fall auch noch. Ach nein, ich habe den ja gar nicht mehr. Scheiße, ich habe ja, äh, ich habe ja, äh, die Rhinos freigeschaltet. Stimmt, das war ja das Problem. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Die Hellebarde des Schwarzen Ridders, eigentlich auch eine geile Waffe. Ähm, aber ich finde tatsächlich, die Schwarzritterwaffen fand ich im ersten Teil besser als im zweiten hier. So, die Dinger sind auch nervig, die verfluchen ein. Ähm, denn hier machen die, die Schwarzritterwaffen auch gleich Feuerschaden mit. Und, ja, je nachdem. Ähm, da muss man aber auch ziemlich viel auf, auf Glaube pumpen, was ich hier jetzt ja so gar nicht machen werde. Sonst bringen die halt auch nicht wirklich was, aber sonst sind die trotzdem ganz cool. So, hier gibt es, glaube ich, auch noch ein Item, oder? das ist ja so. das ist ja so. Vielen Dank.